Im Oldenburger Land ist der Steinkauz eine seltene und gefährdete Vogelart. Deshalb laufen hier seit mehreren Jahrzehnten verschiedene Programme zur Vermehrung und Stabilisierung des Steinkauzbestandes. Durch die bisher erfolgten Hilfsmaßnahmen konnte die Population der kleinen Eule schon deutlich angehoben werden. Die meisten Steinkauzpaare beginnen Mitte April zu brüten. Die Brutzeit dauert etwa 28 Tage. Eine gute Kontrollzeit ist daher die letzte Maidekade und die erste Junidekade. Dann sind oft schon junge Steinkauze zu sehen. Bei sehr frühem Brutbeginn im März können Jungkäuze den Brutplatz im Juni auch schon verlassen haben. Bei Spätbruten sitzen die Steinkauzweibchen Anfang Juni bisweilen noch brütend auf den Eiern. Zur Kontrolle werden die Nistgeräte, das heißt die Röhren und Kästen, mit einer hellen Taschenlampe für kurze Zeit ausgeleuchtet, um die Situation, zum Beispiel innerer Zustand der Röhre, Besatz, Brutstatus, Zahl der jungen Käuze möglichst rasch zu erfassen. Bei Annäherung mit der Leiter an Röhre oder Kasten ist es ratsam, mit ruhiger Stimme frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen, um eventuell in den Nistgeräten sitzende Steinkreuze nicht zu erschrecken oder zum Verlassen der Wohnstätte zu bewegen. Brutzeitkontrolle ist wichtig, um festzustellen, ob und wo, das heißt an welchen Plätzen und in welcher Form, zur Brut von einem Einzeltier als Schlaf- oder Ruheplatz, das Röhren- und Kastenangebot von dem Steinkauz angenommen wird, um daraus Schlussfolgerungen für weitere, der kleinen Eule dienende Maßnahmen ziehen zu können. Röhren und Kästen müssen für den Steinkauz bewohnbar gehalten werden. Stare Nester, die Röhren oder Kästen vollstopfen, sollten daher nach der Brutzeit wieder entfernt werden. Von Waldmäusen in großer Zahl eingetragene Eicheln müssen herausgezogen werden. Die mitunter sehr stabilen Wabennester von Hornissen oder Wespen können nach dem Absterben der Insektenvölker etwa ab November beseitigt werden. An Röhrenbäumen und Schuppen mit eingebauten Kästen können Schäden auftreten, die gegebenenfalls zu beheben sind. Steinkauzröhren müssen innen trocken bleiben. Ist die Dachpappe bzw. die Umhüllung defekt, muss die Röhre ausgetauscht, in der Werkstatt oder an Ort und Stelle repariert werden. Die bei Neuinstallation eingebrachte Einstreu aus Holzfeinspan und grobem Sägemehl wird bei Besatz durch den Steinkauz noch mit ausgespucktem Gewölle vermengt. In dem mit der Zeit fest und stabil werdenden Gemenge richtet sich der Kauz meist am Ende der Röhre eine wohnliche Mulde ein, so dass im Normalfall oft jahrelang nichts an der Streu zu ändern ist. Es bleibt nicht glücklich servants, die ich mir genau auf dem Steinkauz noch mit dem Steinkauz übeln sliceger. Untertitelung des ZDF, 2020